Ich hab so das Gefühl, die anderen Charaktere kennt sie noch nicht. Könnten ihr vielleicht eine Kung-Fu-Sage? Ich muss meine Kamera mal ein bisschen fokussieren. Ich hab so das Gefühl, die sitzt immer im rechten Bild. Und legst die Kabel so frei. Lass meine Kinder sofort in Ruhe. Wir kümmern uns da drum. So wie es aussieht, kümmert ihr euch um gar nichts. Ah, du bist es. Kein Problem. Das hab ich noch schon fast gedacht. Nimm mich mit, alter Mann. Ey, lass mich nicht zurück. Oha. So wie es ist für einen echten Kung-Fu-Film gehört. Erstmal die gesamte Einrichtung zentreschen. , nehm? Das war's für heute. Das war's für heute. Na gut. Schon wieder. So sehen wir uns also wieder. Diese Unverschämtheit muss bestraft werden. Das reicht erst einmal als Training. Ja, ja, genau. Das war Training. Willkommen zurück, Juna. Ähm, kurze Frage. Ich weiß nicht, ob du die anderen Charaktere schon gesehen hast, aber was willst du als nächstes sehen? Eiskunstlauf. Ähm, oder Dingsbums. Meerjungfrau. Oder Megaman. Also hier Dingsbums Superheldin. Wir können uns als Meerjungfrau verwandeln. Und irgendwie mit Fischen, äh, Fische befehligen. Habe ich freigeschaltet, als... Da wart ihr noch nicht da. Meerjungfrau, das interessiert mich, ob die dann auch so eine Flotze bekommt. Das wäre funny. Ich könnte es dir sagen, weil das ist unser zweiter Auftritt als Meerjungfrau. Aber ich sage es nicht. Okay. Also hier Dingsbums Superheldin. Also mach mal als nächstes Team, äh, Jungfrau. Also hier Dingsbums Superheldin. Naja, ich hab das Gefühl, wenn wir nach oben gehen, finden wir noch was. Oh, das ist 3D, ne? Naja, gut, hier war nur ein bisschen Dingsbums. Ah, nice. Hattest du auch den richtigen Riecher? Oh, YouTube ist viel zu langsam dafür, dass du eine Kung-Fu-Legende bist. Hey, Boss, ich hab eins. Vielen lieben Dank. Ja, kein Problem. Zum Glück sind wir jetzt alle in Sicherheit. Ja, la, seid so nicht zu gebrauchen. Mal sehen, wie du damit fertig wirst. Ach, ich hab's nicht. Oh, das haben wir sogar gut gekriegt. Das war ein 100%-Level. Ding, 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 ding. Ja, ich glaube, es ist ziemlich eindeutig. Den Peach Avenger verarmen interessiert wohl keinen. Da müssen wir gegen irgendwelche Alien-Ufos kämpfen. Mit Jetpack am Ende. Ah, das war cool. Eine Mähungfrau war ganz... Interfragen wir das mal nicht. Das war weird. 스ół. Untertitelung des ZDF für funk, 2017